Jo Leute was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video wieder Call of Duty Warzone, weil es das letzte mal so schön war wieder mit dem liebenden Biest und heute noch meiner Mission dem guten alten Kollege, den ihr vielleicht schon kennt aus dem einen oder anderen Livestream Wenn es euch das Video gefällt, dann lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, würde mich freuen und jetzt viel Spaß beim Video So, ich bin komplett lost, ich bin ausgesehen, ob X gekauft wird Ich bin schon vorgegriffen, habe ich nicht ausgesprochen Aus Versehen Ganz aus Versehen, Zwinker, Zwinker Zwinker, dich, Zwinker Ich will auch schon weiter Und sorry für die miese Qualität von den Kollegen Nur die PS4 Partys sind im Moment kaputt, weil Sony verkackt hat Deswegen hört sich das nicht ganz so klar an wie es letzte mal Aber ich hoffe es gefällt euch trotzdem Ich bin eigentlich dran Ist hier noch irgendwo ne Waffe? Hab sie Ja ok, ich bin runter Dann treffen wir uns da unten Ja gut hier Weißt du Das kannst du keinem erzählen Nett Das kannst du keinem erzählen Ne, ne Scheiße Geht ab Upsi Gehst du schon wieder rum hier? Ja Boah, das ist ein richtiger Ritz Witz Tanzt du nicht? Wir haben aber bald Friends, wir brauchen mal eine Ritz Dann holt euch mal eine Ihr habt doch das Geld Ja, für mich, bei mir reicht es nicht Ah, da war die Küste Hallo, lass mich rein Wurde hier raus Ich will hier raus Ich will hier raus Oh, ich habe auch noch Geld zu finden Weiß ist jetzt persönliches Radar in der Luft Es verfolgt jemand Ah, hier ist ja Action Jackson ist hier Gute Aha Oh Herr Das ist hier unten irgendwo entgegen Oder war das da oben ein, der eingeschossen hat? Wollen wir hier drin bleiben und warten bis sie kommen von der Zone? Oder wollen wir jetzt eine Waffenlieferung holen? Jo, bin ich dabei. Warte schon mal. Ich habe sogar einen getroffen. Gibt es schon drin? Ich kann auch keinen kaufen. Ich habe zu wenig Kohle. Ja, ich gebe dir Geld. Oh, ja. Ich kann mir nichts holen. Ich habe die schlechten Vibes da bei so Kisten. Die schlechten, oder? Ja, ich jetzt schon dreimal dran gestorben bin, als ich dran wollte. Jep, jep, jep. Was zum Fick? Was ist los? Ich sehe ganz viele Fragezeichen. Das ist aus A und O neben dem Battle Royale. Alter, 10.000 Meter ist neu. Mit meinem langen Rohr. Hier. Ja, ich habe es gesehen. Auf der Karte. Direkt da oben, oder? Ach, da fliegen wir gerade. Angehörtert, ja nein. Das Gas verbreitet sich. Schnell in die neue Sicherheit. Ach, nein. Gegenüber aus dem Haus. Auf dem Haus, gegenüber. Ja. Auf dem Haus. Auf dem Haus. Auf dem Haus. Hey, als ob sie mich hitten. Was soll der Scheiß denn? Mit denen, ernst? Guckle, 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 treff mich niemals. Wir gehen mal schnell weg. Von wo denn? Da unten hinten. Digga, das ist ja 10.000 Meter weit weg. Fangen wir kurz. Da ist auch ein Sniper. 10.000 Meter weit weg. 10.000 Meter weit weg. Wollen wir nicht in die Zone erstmal lieber? Da. Warte mal. Von hier können wir uns gleich holen. Wenn der schon mal in die Zone. Nein. Oh, fuck. Super. Entweder finischt der dich gleich, oder... Entweder finischt der dich gleich, oder... Er ist immer noch da hinten. Aber ich hoffe, das hat mich halt... So eine Z-Belebung wäre geil. Die Zone kommt halt auch jetzt. Wir können dich ja auch auch mal wieder brauchen. Sind dort. So richtig gut geschossen sein. Anfänger. War für KULAG. Was ist denn? Oh, dann hat er immer wieder... Dein Teammitglied ist im KULAG, nur wer überlebt wird erneut eingesetzt. Achso scheiße, da muss ich jetzt erst ins KULAG und dann... Oh, hier liegt noch liegt. Ein bisschen Zeit haben wir. Dein Teammitglied ist im KULAG, nur wer überlebt wird erneut eingesetzt. Nice. Dann kaufe ich mir aber erst hier nochmal Panzerplatten. Hier ist auch noch ein LOOPDROP. Dann kaufe ich mir noch eine Selbstwiederbelebung. Das könnte ich mir auch machen, das ist echt blöd. So viel Geld, dann bin ich wieder blöd. Du kannst dir doch eh alles leisten. Kann ich mir die Panzerplatten geben bitte? Du kannst dir die Panzerplatten von GUCCI kaufen. Ah. Ich brauche Panzerplatten. Kennst du die nicht? Ich brauche welche. Ich kann die nicht raus. Ja. Nice. Vor mir ist ein Gegner, Jungs. Da steigt dann das Buggy-Card, den man da so mal nennen will. Hast du noch Sniper-Munition? Einer von euch. Ich bin noch ein Schuss. Ich geh erstmal kurz in die San-Arena und dann weg. Komm schon, steig doch aus da oben. Oh ne, das sind zwei Mann. Das Gas verbreitet sich. Schnell in die neue Sicherheitszone. Wir kamen einfach in die Sicherheitszone. Äh. Äh. Man soll. Äh. Aber wir müssen halt schon wieder so weit laufen. Thanks. Was musst du umstellen? Mit dem markieren, dass ich mit Pfeil-Taste nach oben oder so wie das ging. Mach. Womit markierst du jetzt? Äh. Was ist? Ähm. L1. L1. Ja, das ist noch die alte Steuerung. Da springe ich drauf, Alter. Also die haben sie. Lull. L1. 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 Ich glaube, da wollte uns wer töten. was ging denn bei dem schief der kleine verrecker hier bleibt was soll das gott von wo den voren sehen wo denn Come on, schießen direkt Wo denn? Achtung, Janus, er kommt Hab ihn Nein, Achtung, von hinten ist weiter los Hab den einen auf dem Dach, K.O. Hab den anderen auf dem Dach auch, K.O. Boah, Digga Wollen wir aufs Dach gehen? Ja, wo waren denn die auf dem Platz? Ja, direkt hier vorne Kaffe, Granate Kacke, hat nicht so gut Oh, boah, kann ich jetzt ein Sniperl? Bitte? Ein Sniperl? Wir müssen da nieder Das Gas weitet nicht aus Sicherheitszone verlegt Och ne, die heilen sich, glaube ich Nein, hört auf, da zu schießen Das ist der Kulak Überlebe, um erneut eingesetzt zu werden Oh Gott Oh Digger Habt ihr die? Was haben wir? Ob ihr die getötet habt? Weiß man, ich war nicht oben Achso, okay An oben, oh Wenn du hier gewinnst, gehst zurück an die Front Ah, macht Röpfrunde Zeit deiner Freiheit zu verlieren, Resultat Oh, ficken, ey Warum bin ich denn nach der Umlauf? Ich bin wieder frei, Alter Ich werde sterben Ey, ich werde sterben, okay Ja, diese scheiße Macht, Alter Oh, Mann, Alter, diese Ruhe und Blöde Oh, Mann Ich hab doch auch den Kuh-O-Blamme genommen, also Der Garten Alles da Achso, das Lächel ist da schon Jetzt liegt es an dir Hol uns den Sieg Ja, aber hab ich noch einen Schuss gedreht Einen Oh Gott, Ripp Gib mir Kohle Also heute läuft der bis da nicht Hä, ich finde es geht sogar Na du Ich Gehe ganz geschissen Es ist ja auch erst deine zweite Runde Wir haben hier hinterherrutscht Egal War trotzdem Ein paar relativ schöne Szenen dabei Aber es War auch unluckig Da acht welche drei Leute in den Scheißaus Ja Gut Leute Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen Wenn es euch gefallen hat Lasst gerne ein Like oder ein Abo da Und Ja Folgt mir auf Instagram Kanal ist verlinkt In der Beschreibung Und Ja Ihr könnt mir auch gerne Tipps in die Kombis schreiben Und bis zum nächsten Mal Ciao, ciao